Hi, heute möchte ich euch was vorlesen aus diesem wunderbaren Buch Klarheit von Steve Taylor Inspiration für Präsenz und Gelassenheit Ein Gedicht, welches ich so toll finde, dass ich es biografiert habe auf Holz und als Willkommensschild in meinen Vorgarten gestellt habe weil ich wirklich möchte, dass jeder, der hier reinkommt und der hier wohnt dass wir uns in reiner Präsenz begegnen können über unsere Ängste und Scheuklappen hindurch Begegnung in reiner Präsenz Lass uns begegnen, ohne uns zu verstellen ohne Statushierarchien, ohne oder künstliche Respektbezeugungen ohne zu versuchen, uns gegenseitig zu beeindrucken mit unserem Wissen oder Scham oder Humor Lass uns begegnen, ohne die Angst, unsere Verletzlichkeit bloßzustellen ohne Scham über unser Bedürfnis nach Liebe oder vorzugeben, dass wir uns selbst genügen Lass uns begegnen, ohne Vergangenheit und unser Verlangen nach Verbindung nicht hinter alten Ressertiments verbergen und unser natürliches Einfühlvermögen nicht durch starke Unnachgiebigkeit unnachgiebigen Vorurteilen zu blockieren Lass uns begegnen, ohne Unsicherheit denn wir müssen nicht beweisen dass wir der Zuneigung des Anderen würdig sind da Liebe nicht verdient oder gewonnen werden muss sondern einfach fließen darf Lass uns begegnen, ohne Absichten ohne irgendwelche Pläne oder Ziele wissend, dass wir nicht versuchen müssen uns aufeinander zu beziehen weil wir bereits verwandt sind wissend, dass wir nichts tun müssen außer uns selbst erlauben zu sein ganz zu sein Lass uns begegnen in reiner Präsenz ohne irgendwelche Bedingungen oder Konzepte wissend, dass wir vom Wesen gleich sind und im Sein eins in diesem Sinne einen schönen Tag euch und im Sein Einschmeldung